So, willkommen zurück zu meinem Let's Play to DogeLad. Ich seh hier immer noch im Horde-Festern. Und ich denk mal, ich hab den Sound gescheitert. Jetzt ein paar Parks. Leider war ich fast zu ändern. Jetzt müssen wir alle Gegner geknallen. Ich bin da überwacht. Der Stier. Wasserstürfe. Und wieder raus. Ähm, wo ist noch was? Mit was ging das? Unten hat Rastekondis. Ah, mit Alt. Gut. Ich stehe immer noch zwei Kontakte. Es ist nichts mehr. Äh, ich gehe immer wieder. Nichts. Ich bin da. 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 da sind alle tot, da sind alle da vorne da gebe ich auch ein wenig Zeit da sind alle da vorne da sind alle da vorne ah Blitzbomber 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 oh du muss jemand hier ne oh 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 wo ist der Tor weg oh man, ich kann nicht abmachen wieder nicht ah das das erstmal durchsetzen wenn es kommt ein so ähm ich muss hier mal kurz einen Clip machen und gucken wie viele Minuten Video haben ich habe aber nicht über 10 Minuten gehabt so also gut, ich habe jetzt irgendwie herausgefunden das ich an vorher in den letzten Parts wo ganz anders war naja scheint habe ich das weiter gespielt, keine Ahnung auf jeden Fall weiß ich jetzt wie lange ich noch darf und level ich jetzt mal ab hier Eisgeschoss aus einer Fernwaffe beursacht 68% des Waffenschadens Sekunde 69% Chance auf Einfähren des Ziels für 5 Sekunden 100% Chance auf unterbrechen kritische Treffer sehe ich mit kritischen Schaden wirklich besser hier noch kann ich besser meine Rüstungen benutzen schlichtere das ferns hier von 2 Waffen 2 Waffen aus ähm 2 Waffen 2 Waffen 2 Waffen 80% 80% ahja sie kauft besser ja ich nehme die 4C erstmal und ganz den Schrott das ferns hier hin die Ja, ich werde gelaufen. Besser? Besser? Nee. Bonus auf Atemutgeschicklichkeit. Ich weiß nicht, ich verkaufe ich mir das. Nee, das ist bei uns jetzt eigentlich gelaufen. Die hier, die könnte ich nicht mal zählen. Brauch ich's nicht. Brauch ich's nicht. Brauch ich's nicht. Was ich brauche? Was ich tun? Den Regenplatz muss ich nichts eingebaut haben. Nee. Gucken. Ich habe nur eins. Wo ist er noch so gut? Wo? Ja. Selten. Also nicht viel damit. Christum. Ah, das... Da war nicht so viel Zeug. Ich werde viel schaden, aber... Okay. Ah, da macht der... Hier. Ein bisschen weniger, aber der hat halt noch zurückwerfen. Und körperlicher Schaden. Plus 8 Feuerschaden. Nee. Brauch ich nicht. Was ist das? Das sieht ja geil aus. Das stimmt. Irgendwas, was ich brauchen kann. Nix Gescheites dabei. Außer das hier, aber ich brauche kein Schild. Aber... Alle heilen. Was habe ich denn jetzt? Flammen, Schwerbeschweren. Wie ich schade in die 14. Alle heilen 2. Aber ich will alle heilen 1 nicht. Das kaufe ich mir. Kauß. Wie hat er noch einen guten? Meine Gesundheit. Meine Gesundheit. Ja. Nee. Beteiligen. Beteiligen. Was ist das hier? Ähm. Ja. Hier kann ich ein Attribut ja auch. Ähm. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit. Nein. Was ist aber Geschicklichkeit? Ich will ja viele Schaden machen. Ähm. Was könnte er? Warten. So. Die andere hat ja... Nee, die hier. Die... Die hat die Traut Gesundheit. Deswegen ist die fast besser. Aber ich glaube das finde ich ja. So ähm. Treff. Schieß. Okay. Äh. Oh. Ah Scheiße. Da jetzt. Ach. Oh Mann. Wo ist das nicht hier? Eintrank. Das leckt hier nichts an. Ich muss erstmal wieder meine Skills. Bescheid machen. Und... Und hab... ... ... ... ... ... ... Schon gar keinen. ... ... ... ... ... ... Vorne noch, aber... Ah, jetzt... Ah, ne... Du... Aber... Wenn, dann kommt die raus. Was? Was war ich hier schon, aber? Das ist eingetrocknet. Ich hab jetzt verpackt... Schrottschwein. Scheiß dabei. Ähm... Jetzt hab ich auch mal ein paar. Ich fehle. Sauber, spreche, stumm... Und selbst... Ich brauche jetzt... Skills... Den... Skill... Boah, nein! Erheben! Ja, jetzt... Wann ist eh... Ich war... Anti-Milch... Ah, ja... Viel passiert... Mutan... Die Gegner hat einen Schnitt gemacht... Geht weg... Gut, Schnitt... Weiter geht zum nächsten Part... Ich bin el... Ich bin ein... Mann,arias... Eine... Wann... Wann. Wir werfen... Vielen Dank.